Und damit Moin, hier auf dem Kanal von Voltus. Ein etwas ungewöhnliches Gesicht hier für diesen Kanal. Ich stelle mich mal ganz kurz vor, mein Name ist Torben Ledermann, ich betreibe selber einen YouTube-Kanal zum Thema KNX und Gebäudeautomation und ich war letzte Woche auf der Leiton Building in Frankfurt. Und in Kooperation mit Voltus sind eben zwei Messeberichte entstanden. Einmal bei mir auf meinem Kanal, ein Part, und einmal hier auf dem Kanal von Voltus. Dabei sind über 20 Interviews entstanden mit einer Gesamtdauer von über einer Stunde 20, also quasi die Leiton Building der Spielfilme. Und das Ganze ist eben aufgetrennt in zwei Parts. Hier jetzt der Part auf dem Kanal von Voltus und dann noch ein weiterer Part bei mir auf dem Kanal. Und hier blende ich euch jetzt noch ein, wo ihr welche Hersteller findet. Damit ihr eben gleich einen Überblick darüber habt, in welchem Video ihr was findet und zusätzlich dazu ist das Video hier auch noch ein Kapitel unterteilt, dass ihr also direkt zu dem Hersteller springen könnt, der euch interessiert. Mein Tipp ist aber ganz klar, schaut euch beide Videos mit allen Interviews an, denn eins kann man von der Leiton Building festhalten, es gab eigentlich überall was Neues zu sehen. Und damit würde ich sagen, starten wir in das erste Interview. Ja, wir sind hier am Stand von Babtec und ich würde sagen, ich klicke hier einfach mal. Ach, der Torben. Dann lasse ich den mal rein. Hi Janis, schön dich zu sehen. Grüß dich Torben, herzlich willkommen. Ja Janis, echt einen gemütlichen Stand habt ihr hier auf der Messe. Wenn ich das eben richtig gesehen habe, dann war das doch jetzt über die Klingelanlage, der Fernseher und gleichzeitig noch gar nichts. Ist das richtig? Das ist richtig. Alles mögliche, unser App-Modul, da kann für jedes Projekt die Apps installiert werden, die ich brauche. In diesem Fall die Klingelanlage mit dem Fernseher und die kann man untereinander verknüpfen. Das bedeutet, in dem Fall war es jetzt so, ich habe an der Klingelanlage geklingelt, das App-Modul hat das Ganze erkannt? Richtig, hat daraufhin eine Aktion ausgelöst, die mit dem Fernseher verknüpft ist. Das Kamerabild war hinterlegt, somit konnte ich dich sehen. Und das Ganze auch in die andere Richtung, das heißt über die Fernbedienung, die auch die Tür öffnen. Sehr coole Sache und wenn ich das richtig gesehen habe, hier auch schon auf dem Neuheitenkatalog, ich stelle da auch noch ein neues Gerät vor. Das App-Modul, das gibt es ja schon ein bisschen länger und jetzt, wenn ich das so mitbekommen habe, ist das eine Verheiratung aus mehreren Modulen. Genau, das App-Modul, also das, was du hier gesehen hast, mit dem App-Modul möglich ist, haben wir mit dem neuen Cube Vision Modul X die Cube Vision Visualisierung und das App-Modul in ein Gerät gebracht. Wollen wir da mal hingehen? Machen wir. Ja, wir stehen jetzt hier vom Cube Vision Modul X, kommt mir sogar schon so ein Stück weit bekannt vor, aber erzähl doch mal, was ist das für ein Gerät? Ja, das Cube Vision Modul X ist die Verschmelzung von dem App-Modul, wie wir es kennen, und dem Cube Vision Modul in einem. Super interessant, weil zwei super interessante Produkte miteinander auf einem Gerät sind. Cube Vision Visualisierung oder Cube Vision Modul und App-Modul kenne ich ja schon. Sind da noch weitere Features mit dabei, die ihr jetzt mit einpflegt? Ja, dadurch, dass ich beide Produkte in einem habe, habe ich sehr viele Vorteile dadurch. Zum einen die Möglichkeit, dass die Apps, die ich darauf konfiguriert habe oder vorbereitet habe, in der Visualisierung direkt übernehmen kann. Und nicht zu vergessen zu erwähnen, der neue Cube Vision Editor. Ganz großes Plus, aus dem vorbereiteten ETS-Projekt, vorhandenem ETS-Projekt, kann die Cube Vision Visualisierung automatisch erstellt werden. Das ist natürlich eine extreme Zeitersparnis, dass ich hier nicht zwei Geräte habe, die ich irgendwie miteinander verbinden muss. Euren Editor, da kenne ich zum Beispiel den BAP-Starter. Ist das hier auch darüber gelöst oder eine ganz neue Lösung? Auch hier haben wir komplett alles neu gemacht. Wir haben einen webbasierten Editor erstellt und der baut das Cube Vision Visualisierungsprojekt, wie ich es gerade erwähnt hatte, aus dem ETS-Projekt heraus. Und nicht zu vergessen, dadurch, dass das App-Modul ebenfalls vorhanden ist, kann ich dann die Visualisierungselemente für eine Smart Home-App direkt übernehmen. Und an der Stelle muss ich gestehen, ich kenne das Gerät sogar schon so ein bisschen. Ich hatte nämlich eins zum Beta-Test da und finde ich total klasse, dass ihr hier einen Beta-Test macht und da das Feedback aus der Community zurückholt, richtig? Vielen Dank für dein Feedback, aber auch vielen Dank an alle anderen Beta-Tester, die wichtige Informationen und wichtiges Feedback gegeben haben. Jannis, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier das Cube Vision Module X ein bisschen mehr zu erklären. Ich kann nur festhalten, das Gerät schaue ich mir auch noch mal ein bisschen genauer an. Danke für deine Zeit. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, wir sind hier auf dem Stand von Enertex Bayern. Ihr habt euch ganz häufig in den Kommentaren gewünscht, dass wir uns doch mal den Beta-Zwei-Taste angucken. Neben mir steht der Herr Dr. Michael Schuster. Freut mich riesig, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, uns Ihr Produkt mal ein bisschen zu zeigen. Und was ich bisher davon gesehen habe, das ist so ein detailverliebtes Produkt, so viele Möglichkeiten, die man damit abbilden kann. Vielleicht können Sie es mal ganz kurz runterbrechen. Was sind so die Highlights? Also für mich das erste Highlight ist, dass es eine rein mechanische Bedienung hat. Das Gerät, also ich habe hier wirklich haptische Tasten, mit denen ich sofort ein Feedback habe, was ich tue. Ich habe hier jede Taste mehrfach belegt, bis zu zehnmal. Ich habe einen Raumregler dabei, ich habe viel Sensorik dabei. Und die Auflösung der Displays ist sehr gut, sodass wir wirklich hier für den Anwender eine sehr, sehr schöne Optik generieren. Was mir aufgefallen ist, wenn man sich direkt jetzt mal vor das Gerät stellt, man kann überhaupt nicht richtig sehen, wo fängt das Display an und wo hört es auf. Ja, das hatten wir ja auch bei der goldenen Variante vorgestern. Da waren ausländische Kunden da und die hatten gedacht, das sind aufgedruckte Labels, weil tatsächlich wir eine Technologie verwendet haben, die speziell dieses Hintergrund schwarz mit der schwarzen Scheibe ineinander übergehen lässt. Das kostet natürlich wie immer alles extra, aber ja, hat dann eben wirklich diese Anmut, als wäre es bedruckt. Was mir aufgefallen ist, das hat auch dieses Detailverliebte. Sie haben hier oben auch noch ein Display mit drin. Da sind vorgefertigte Elemente mit Wetterinformationen, eine Art Energie-Monitoring ist mit drin. Ja, kann ich zeigen. Wenn wir hier mal durchswitchen auf diese Seite, da kann ich dann hier oben eingeblendet den Elektroverbrauch darstellen, meine Solarerzeugung, mein Laden meines Autos, den Zustand meiner Batterie oder hier beispielsweise die Wettervorhersage. Die Zeiten kann ich dann parametrieren und ich habe da recht viele Möglichkeiten. Und vor allem das Schöne, obwohl das Gerät so viel Funktionsumfang hat, alles aus der ETS-Parametriebe. Ja, ohne Plug-in, ohne DCA, ab ETS-Version 5. Ich würde behaupten, um hier sich alles im Detail anzugucken, da reichen nicht mal eine halbe Stunde. Deshalb schaut euch am besten das Gerät selber mal auf der Website von NNTX Bayern an, wenn es dann auch erscheint. Und ich habe hier noch ein anderes Highlight auf dem Stand gesehen, nämlich den LED-Dimmer. Können wir uns den auch mal kurz angucken? Ja, können wir machen. Ja, auch ein Gerät, was hochkomplex aussieht. Vielleicht mal ein paar Worte dazu, was das Gerät so besonders ausmacht. Also grundsätzlich ist es ein 8-Kanal-Dimmer für 230 Volt. Also dimmt herkömmliche Glühlampen mit einer Leistung von maximal 250 Watt. Das heißt in der Summe eben 2000 Watt. Ich kann vier Kanäle bündeln, sodass ich einen 1000 Watt-Kanal bekomme. Aber was ja heutzutage sehr wichtig ist, dass man Retrofit-LED-Leuchten eigentlich verbaut, die dann eher schwierig zu dimmen sind. Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist die komplexe Thematik beim Flickern. Also man hat sehr schnell so ein unruhiges Flackern im Auge bei einer bestimmten Einstellung. Und das andere ist, dass die Leuchtmittel nicht allzu tief runter dimmen können. Beziehungsweise die Leuchtmittel eigentlich schon, aber die Dimmer schaffen es nicht, die so anzusteuern. Weil dazu braucht es eine relativ komplexe Ansteuerung. Und das dritte an dem Gerät ist auch die Kompaktheit, weil wir ja acht Kanäle auf nur sechs Teileinheiten haben. Und wir haben das hier auch mal gezeigt, wie das Dimmverhalten ist. Vielleicht sollten wir das mal zeigen. Zeigen wir auf jeden Fall mal, ja. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann. Wenn Sie jetzt hier einen herkömmlichen Dimmer haben, bei diesem Retrofit-Leuchtmittel, und schauen wir mal auf die Wandseite rein, dann werden Sie, wenn er dann in hochgedimmtem Zustand sich befindet, erkennen, wie so ein Flicker, so ein Flackern entsteht. Wenn Sie da mal reingucken, ist es manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, ist aber da. Ist da. Ich denke, das wird auf der Kamera nicht so gut rüberkommen, aber man sieht es ja auf jeden Fall mit dem großen Auge. Hier sehen Sie, wenn Sie da an der Seite gehen, da werden Sie kein Flackern oder Flimmern sehen. Und Sie sehen jetzt hier auch gleich, wie sanft der hochdimmt. Also die sind gleich eingestellt. Der kann einfach nicht tiefer runter. Und er kann eigentlich runter bis zum Glimm-Modus, wenn man so will. Und das sind halt unsere Verfahren, die wir da entwickelt haben. Und wenn man das hier so sieht, das ist wirklich ganz, ganz wenig Dimmverhalten. Ja, wirklich extremst interessante Produkte hier. bei Ihnen. Jetzt eine andere Frage, nicht bezogen auf die Produkte. Wie ist denn so die Resonanz hier bisher von der Lightbuilding? Wir sind jetzt am vorletzten Tag. Was ist so Ihr Eindruck von der Messe? Also ich denke, also wir zumindest hatten einen ganz guten Besucherzuspruch. Ich glaube auch, die Schalter sind gut angekommen. Sie haben ja auch die Mundpropaganda irgendwo mitgekriegt. Der Dimmer ist gut angekommen. Also es ist relativ gut besucht. Heute ist es ein bisschen schade, dass die vor allem internationalen Kunden wegen dem Streik, dem dummen Streik von der Bahn und vom Flieger da leider nicht herkommen konnten. Allerdings sind doch auch sehr viele hiesige Kunden da. Und von daher sind wir schon eigentlich sehr zufrieden mit dem Zuspruch. Und was sich vielleicht jetzt schon auch die letzten Jahre herauskristallisiert hat, ist, ich kann mich erinnern, 2006, das erste Mal hier auf der Messe, da war kein Nix, da musste man erst mal erklären, was es ist. Und dann waren noch LCN da, London da und da war noch nicht klar, wo die Reise wirklich hingeht. Und da hat sich jetzt kein Nix aus meiner Sicht ganz deutlich durchgesetzt. Früher waren wir aus einem kleinen Eck in einer Halle und jetzt gibt es gar keine Nix-Halle mehr, weil eigentlich alle kein Nix machen. Sehr schön zusammengefasst. Herr Dr. Schuster, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier uns Ihre Produkte zu zeigen und Ihr Feedback zu geben. Vielen Dank für den Besuch. Ich habe mich gefreut und am besten mal auf der Website von Nrtex Bayern vorbeischauen. Herr Dr. Damit herzlich willkommen hier vom Finder-Stand auf der Leiden Building. Man sieht es hier, glaube ich, es brummt ganz schön bei euch auf dem Stand. Ich habe mich hier mal ein bisschen umgeguckt und ich kenne euch vor allem aus dem Bereich Relais und habe hier einige KNX-Produkte gesehen. War noch so vorher gar nicht bekannt, vielleicht kannst du uns ein bisschen was mal dazu erzählen. Gerne, gerne, natürlich. Das Thema KNX spielt auch bei Finder, obwohl wir aus der Relais-Technik kommen, natürlich eine ganz, ganz große Rolle, denn wir wollen auch so ein bisschen Richtung der Gebäudeautomation mitgehen und den Anwender dann auch eine Systemlösung anbieten, rein aus dem konventionellen Bereich, aber auch zu der Automatation mit KNX. Das heißt, da haben wir ein kleines, aber intensives Programm aufgelegt, wo dann der jeweilige Anwender immer ein bisschen auswählen kann, zwischen Sensorik oder einer Akteur. Ich sehe jetzt hier ein ganz großes Spektrum an Produkten. Also ihr habt vom Schaltaktor über die Spannungsversorgung, Bewegungsmelder, das ist eigentlich ja das Wichtigste mit abgedeckt, oder? Ja, im ersten Step für Beschattung oder Lichtsteuerung haben wir in der Form alles geliefert oder abgegeben. Das heißt, auch neu jetzt dazugekommen ist unser Rollladen- Schalassienaktor, den man damit integrieren kann, zusätzlich zu unseren Schaltaktoren, Dimmer, Beleuchtung und natürlich die Interface- Produkte zur Programmierung sind natürlich auch mit dabei. Da jetzt eine Frage, seid ihr bekannt aus dem Bereich Relais? Da stecken mit Sicherheit auch eure drunter. Na klar. Ich finde es wirklich super interessant hier. Dafür ist die Lightbuilding echt klasse, dass man mal so ein bisschen rumkommt und auch mal Geräte sieht, die man vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Ich kann euch nur empfehlen, schaut mal auf der Finder-Website vorbei, informiert euch über die Produkte und ich werde mir die jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Ja Marco, endlich haben wir es mal hier durchgeschafft am Gera-Stand. Freut mich riesig, dich wieder zu sehen. Ihr habt eine neue Wetterstation. Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Ja, Torben, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tatsächlich, letzter Tag der Messe, wir sehen alle aus wie Eulen. Lass mal schauen, was wir noch erzählen können. Eins unserer Neuheiten, unter anderem, ist unsere neue Wetterstation, die wir haben. Der Unterschied zu normalen Wetterstationen oder zu anderen, die wir bisher hatten, ist, dass wir jetzt den Trend haben. Wir haben jetzt einmal die Außeneinheit und wir haben jetzt die Wetterzentrale als Inneneinheit. Man kann das entweder als Paket kaufen oder auch separat kaufen. Ja, okay, verstehe. Und das ist natürlich auch, ich sage mal, eine Wetterstation ist natürlich den äußerlichen Gegebenheiten ausgesetzt. Das heißt, wenn da mal was kaputt geht, ist nicht die teure KNX-Elektronik mit kaputt, nehme ich mal an. Ganz genau, eine einfache Elektronik. Für mich, das Thema Wetterstationen, war immer etwas, was ich ehrlicherweise immer vernachlässigt habe. Wo ich immer gedacht habe, so, ja, das ist so nice to have. Habe ich eine Markise, muss ich die Markise schützen, brauche ich eine Wetterstation. Mittlerweile, in einem Smart Home, in einem KNX-Smart Home, ist eine Wetterstation für mich, mir dann ein must have. Ob das für die Helligkeit ist, die zu nutzen, wann was hoch und runter fahren soll, Regen, also diese Werte zu wissen, die Kombination aus Temperatur und Helligkeit, also, das ganze Thema hat eine immer höhere Bedeutung. Absolut. Das mit zu planen, im Projekt, ist da... Das sind im Prinzip die Augen des Smart Homes von außen, So ist es, ganz genau. Jetzt habt ihr im Vorhereien von der Messe schon im Februar angefangen, einiges anzukündigen. Ein weiteres Highlight ist der Gira Eco oder das Eco-Modul. Magst du uns dazu auch noch ein bisschen was erzählen? Wenn du mich so fragst, wie kann ich da Nein sagen? Dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin, oder? Sollen wir? Auf jeden Fall. Ja, Marco, das Thema Energiemanagement, Energiemonitoring, ich glaube, ich habe es schon oft genug gesagt, ist hier in aller Munde und ihr habt hier auch ein passendes Modul, sieht auf den ersten Blick so ähnlich aus wie der X1, hat hier aber ein paar andere Anschlüsse. Was kann ich mit dem Gerät machen? Jawohl, du hast auch hier wieder völlig recht, das Thema Energiemanagement, Energie sichtbar machen, zeigen wir hier auf der Wand. Das Thema zeigen, das wird dir der Kai sicherlich noch zeigen. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wir gehen jetzt auf das Thema ein, der neue Gira Eco. Worum geht es beim Gira Eco? Am Großen und Ganzen geht es darum, Wallboxen ins System mit einzubinden und hier die Lastmanagement richtig zu regeln. Der Trend geht ja heute hin zum Zweit-E-Auto und dann habe ich nicht zum Beispiel zwei Teslas, sondern ich habe was Großes und was Kleines, unterschiedliche Firmen und das in einem K-Nex-System darzustellen und auch richtig zu steuern, ist gar nicht so einfach. Normalerweise nutzt man dafür Modbus und hat da ganz viele kleine Punkte, die man anzapfen muss und man muss genau wissen, wie das funktioniert. Bei uns ist es so, wir können jetzt fünf verschiedene ins System mit reinbringen. Wir haben eine Menge Hersteller, mit denen wir da jetzt schon kooperieren und da sind diese Datenpunkte, die wir brauchen, schon vordefiniert, sodass es total einfach ist, diese Wallboxen bei uns mit ins K-Nex-System mit reinzubringen. Also ich sage mal, eine einfache Möglichkeit, du hast es ja schon gesagt, vorgefertigte Profile im Prinzip zu wählen, um hier die Daten rauszubekommen und nicht jedes Mal händig die Modbus-Register einzutippen. Genau. Kennt man ja, wenn man damit schon mal gearbeitet hat, das zieht einiges an Arbeitszeit für sich. Und Lastmanagement ist ja auch noch ein Stückchen mit drin, ne? Richtig. Das Thema Lastmanagement, auch hier, wir sind ja nicht alle super vom Fach, der eine hat mehr Wissen, der andere weniger. Die Leistung, was hier gezogen werden kann mit so einer Ladesäule, einfach zu sagen, ach, weißt du was, ich habe nicht einen, ich habe zwei, ich habe drei, ich habe vier, das ist eine Menge Strom, die da durch so ein Kabel geht. Teilweise braucht man da keine Sicherung mehr, dann brennt gleich die ganze Verteilerkasten durch. Also das Thema zu steuern, wann wird wie, was, wie geladen, das ist knifflig. Und das, da unterstützt der Eco jetzt mit dabei. Jetzt zwei super interessante Produkte hier von euch. Ich glaube, es lohnt sich da mal auf die Website von euch zu gehen und sich ein bisschen näher dazu informieren. Die anderen Themen, die hier gezeigt werden und angeteasert werden, die hatten wir uns ja auch schon im Vorrein von der Messe angeguckt, zusammen mit dem lieben Kai. An der Stelle schöne Grüße. Und wenn ihr euch auch zum Beispiel mehr zu dem Thema informieren wollt, dann schaut einfach beim Kai mal auf dem YouTube-Kanal vorbei, da hat er auch schon einiges gezeigt. Marco, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich riesig gefreut, dich wiederzusehen. Torben, wir sehen uns bald wieder. Absolut. Wir sind hier am Stand von GVS und ich wechsle jetzt mal kurz die Sprache aufs Englische. Keine Sorge, ich mache euch trotzdem Untertitel rein. So we are here at the booth of GVS. I am here with Jack. Hi Jack. Maybe you can introduce yourself a little bit. So what's your job at GVS and maybe also a little bit about the history because I think that would be quite interesting. Yeah, yeah, thank you very much Tom. Yeah, hi everyone. I'm Jack from GVS and it is a company that have been here in Germany for also over 10 years with a local representation. So basically what GVS do, we are established in 1999. We started with the Video Intercom Display Module through Component Business but back to 2007, we already started Kinex in China and we have officially become a Kinex member since 2008 and we have been focusing on the Kinex development in the past 15 years and we have a full range of Kinex devices, actuators, touch panels, and gateways, nice push buttons, etc. And basically we are trying to develop a very good product line of Kinex and we're trying to work internationally also numerous about the GVS, under GVS brand of OEM devices and we're trying to do a lot of work also on training. In China we have finished over 60 sessions of Kinex basic training, having about over 1,000 Kinex trainees there and that's marvelous and we have also organized under the help of Kinex Association over four times of Kinex Tutors course. So basically in China we're really doing Kinex and we're also trying to work internationally with other brands and also our global agents. And what you told me already which I think is really impressing is that Kinex is a really huge market in China, isn't it? Yeah, exactly. I mean in China Kinex is now getting very popular you know in the past like 10 years ago it was the RS-485, some wireless things, unstable things so people start to doubt about smart homes, smart buildings but since the appearance of Kinex from almost 10 years ago then everything changed. Now in China the big airports, metro stations, business complex everybody's searching for Kinex and we got a lot of good I mean partners for Kinex too. Yeah, I think you already show here a lot of nice products and we now will take a closer look to your products. Thank you very much for the introduction to GVS. Really, really interesting. So, we'll move on to the next time. Near me is Frank. Frank, maybe you can't just tell us what you want to show us. And here are your highlights S7 and S3. Yeah, exactly. Thank you very much for the time, that you are here. I'm Frank Dusting. Ich mache den Partner- und Großhandelsvertrieb bei GVS und will euch heute einfach halt mal unsere neuen Produkthighlights, die dieses Jahr auf den Markt kommen, vorstellen. Ich fange mal an mit dem S7. Das ist ein 7-Zoll-Touchpanel. Das Spannende an dem Touchpanel ist, dass man neben der Funktionalität, dass es erstmal reines Touchpanel ist, wenn man es kauft, halt auch Funktionen dazu packen kann. Man kann also hier zum Beispiel einen Tastenblock oder so einen Dreh-Drück-Regler entsprechend implementieren und kann darüber das Bedienkonzept halt auch komplett verändern. Dieses Produkt, wie auch das neue Produkt, das ich euch gleich noch zeige, hat unter anderem auch eine SIP-Funktionalität. Das heißt, man kann es als Türsprechanlagen-Interface im Endeffekt nutzen und hat hier eine kleine Wohnungsstation mit drauf. Was ich noch interessant fand, das hattest du schon angesprochen, ist das Thema, dass man das mit der App verbinden kann und dann die Teams empfangen. Ja, also es ist so, dass wir hier auch ein neues Interface haben. Wenn man das schlussendlich einmal in der ETS alles programmiert hat, haben wir eine Mobile-App dafür, für iOS und Android. Damit kann man das Interface komplett konfigurieren, spielt diese Konfiguration zurück auf das Device und man hat dann schlussendlich über die App auch eine Fernbedienung für den Taster. Das läuft über Bluetooth dann entsprechend. Und es gibt jetzt hier einmal die 7-Zoll-Variante und hier nebendran haben wir noch ein etwas kleiner Ausgerät. Das ist im Endeffekt ein Bedienkonzept, das direkt mit Tasten kommt. Das S3, auch das hat diese SIP-Funktionalität. Auch hier gibt es diese App-Funktionalität. Sehen wir jetzt hier, da kam gerade der Klingelanruf. Genau, hier sieht man im Endeffekt mal die Funktionalität als Wohnungsstation. schlussendlich ist das vieles von dem, was das S7 kann, halt in klein. Wir können jetzt mal hier zum Beispiel auch mal in so eine Steuerung reingehen. Das heißt, man kann dann natürlich auch in die Steuerung reingehen, kann das über das 3-Zoll-Touch-Panel komplett bedienen, plus halt diese Funktionalität über physikalische Tasten. Frank, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier uns eure Highlights zu zeigen. Wirklich zwei richtig schicke Produkte. Ich freue mich sehr, wenn ich damit selber mal so ein bisschen rumtesten kann. Danke, dass ihr die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen letzten Messe-Tag. Super gerne. Den wünsche ich euch auch. Vielen Dank. Ja, wir sind hier am Stand von MDT und ich glaube, das Highlight schlechthin hier bei euch auf dem Stand, auch das Publikumsmagnet, ist das, was ihr auch so ein bisschen angeteasert habt. Ich würde sagen, die logische Nachfolge vom Glastaster, oder die logische Ergänzung zum Glastaster 2, richtig? Eine erweiterte Taster, korrekt. Richtig. Hier stellen wir die Variante Plus vor, in einer waagerechten Form. Das heißt, es handelt sich hier um einen Taster, den ich intuitiv bedienen kann. Das heißt, es ist ein Touch-Display, nicht wie bisher über die Tasten, sondern aktuell wirklich die Seiten wischen kann, die Funktionen für mich frei individuell gestalten und anlegen kann, wie es der Kunde wünscht. Demnach meine 64 Funktionen, hier sehen wir es vielleicht, einmal in verschiedener Kachel Größe und Form anlegen kann. Und mit der wichtigsten Funktion schalte ich mir meine Seiten an an der Stelle hier an. Was mir jetzt da als Frage aufkommt, Touch-Display, kennt man vielleicht auch von anderen Herstellern, da habe ich dann teilweise ein Problem, dass ich mit Zusatztools arbeiten muss, weil es ja eben eine Visualisierung so ein Stück weit ist. Ist bei euch aber nicht der Fall, korrekt? Das ist bei uns nicht der Fall. Das heißt, der Taster wird ganz normal über die TS-Parametereinstellung eingestellt, parametriert, konfiguriert, verknüpft, eingespielt. Das war es. Das heißt, zusätzlich dazu wird es im späteren Zeitpunkt eine DCA geben, wo ich die Ansicht dieses Tasters mir schon vorab in der ETS anschauen kann, bevor ich es eingespielt habe. Also eine ziemlich coole Komfortfunktion für den Systemintegrator an der Stelle. Genau. Eine Frage, die sich mir jetzt noch stellt, wir haben hier ein recht großes Gerät, was jetzt kein Standard-Taster ist. Muss ich da irgendwas besonders bei der Installation beachten, oder sind das Standard-Schalter? Nicht wirklich, Tom. Du kannst auch eine ganz normale, einfache Installationsdose dafür nutzen, um die Montageplatte auf eine Dose anzubringen, aber die Montageplatte streckt sich über zwei Dosen. Somit könnte ich auch eine Zweifacheinheit ganz einfach damit überbrücken, abschließen und alte Geräte, zum Beispiel, die über zwei Dosen gehen, damit ersetzen. Und was ich echt spannend finde, ihr habt ja gesagt, das Gerät ist noch sehr, sehr neu. Ihr seid damit noch in einer Art Beta und sammelt hier ganz viel Feedback, richtig? Ganz richtig, also vollkommen richtig. Das heißt, an der Stelle sammeln wir ganz viel Feedback von der Kundschaft, um ihn dann nochmal an der Stelle zu verfeinern, verbessern und sämtliche Wünsche nochmal einzugehen. Aktuell, wie du schon sagst, Beta-Version und dementsprechend werden wir unser Bestes tun, dass wir auch die Feedbacks hier einholen und mit einbringen. Da bin ich bester Ding und wenn ihr Ideen für das Gerät habt oder Sachen, wo ihr sagt, hey, das wäre noch ganz cool, wenn es reinkommt, ich bin mir ziemlich sicher, MDT-Lister fleißig mit. Also gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich würde sagen, bezüglich des Themas Energiemessung. Korrekt. Gehen wir hin. Ja, Alex, euer Stand ist wirklich proppevoll, bis wir hier waren. Das hat eine ganze Weile gedauert. Aber wenn es ein Thema gibt, was die Menschen, glaube ich, hier auf der Messe bewegt, ist es unter anderem das Thema Energiemessung und Energiemanagement. Und habt ihr auch die passende Lösung dafür, richtig? Richtig. Das heißt, über die Schaltaktoren, wo man auf den Kanal bezogen seine Werte ermitteln kann und dementsprechend auch visualisieren, haben wir darüber hinaus nochmal weitere Energiezähler, die wir hier präsentieren. Und die sind sowohl für Direktmessung als auch für Stromwandler, korrekt? Richtig. Das heißt, hier haben wir ein Gerät, das zur Direktmessung bis zu 20 Ampere ausgelegt ist und bei der Wandlermessung gehen wir bis zu 63 Ampere und liefern dementsprechend die passenden Klappwandler mit. Jetzt mal eine Frage. Hier unten sehen wir so ein paar Messwerte. Die können ja nicht hier durchfriesen. Wo kommen die her? Das ist unser Standverbrauch, den wir hier visualisieren, also auf die Phase verteilt und dann nochmal die Energiewerte im Hintergrund auf der zweiten Seite sehen. Also hier an der Stelle schön gezeigt mit den Messgeräten was für einen interessanten Einblick man hier auch auf so einen Messestand bekommt. Richtig. Jetzt sind wir beim Thema Energiemessung direkt am Gerät selber, aber zum Thema Energiemessung zählen ja zum Beispiel auch Wechselrichter, Ladesäulen. Und da kommen wir zum Thema Modbus und da stellt ihr hier auch zwei neue Geräte vor, ne? Richtig. Da sind wir bei einem anderen Medium, letztendlich Modbus und dazu haben wir ein neues Gateway. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin, oder? Gehen wir. Ihr zeigt hier recht schön, warum Modbus für das Thema Energiemessung, Monitoring sehr extrem wichtig ist, weil er mich darüber Photovoltaik, Energiezähler, Ladesäulen, Pencoils und so weiter alles einbinden kann. Was sind so die Rahmenparameter, die er hier mitlebt wird? Oder was zeichnet das Gerät aus? Besonderheit unseres Gerätes ist, dass wir hier ein kompaktes Gerät haben mit integrierter Spannungsversorgung, mit einem integrierten Endwiderstand, den wir über eine Drahtbrücke aktivieren können. Und dementsprechend als kompaktes Bauteil alles zur Verfügung stellen. Bei Modbus kenne ich es so, wenn ich da die Werte auslese, dann ist es ganz oft so, dass ich da irgendwie noch rumrechnen muss, durch Zehnteilen oder mit irgendwas multiplizieren. Wie sieht das aus bei eurem Gerät? Kann ich das im Gerät selber eingeben oder brauche ich dafür nochmal ein Logikmodul? Das kannst du bereits schon im Gerät so nutzen. Wir haben integrierte mathematische Funktionen, Umrechnungsfunktionen, Skalierungsfunktionen drin, die wir so im Gerät schon parallel, also mit dem Wert, gelesenen Wert umsetzen und dann berechnen, ob du den X-Bus schicken würdest. Was ich super cool finde, habe ich hier ja schon gelesen, ich kann das Gerät sowohl als Modbus Mastergerät als auch als Slave einsetzen. Korrekt. Ich suche es von vornherein aus, im Grunde, wie ich es einsetzen möchte und stelle es passend an. Ja. Jetzt wäre meine Frage, Modbus RTU ist der Start und dann geht es weiter mit TCP, richtig? Genau, wir starten hier auf der Messe mit der RTU-Variante, folgen dann im Laufe des Jahres, Mitte des Jahres mit der TCP-Variante. Also wirklich super spannende Geräte hier bei MDT, echt extremst interessant. Jetzt will ich mal noch auf ein, zwei Punkte eingehen, die jetzt nicht direkt mit euren Geräten zu tun haben. Wir waren gestern bei euch auf der 40-Jahre-Feier. 40 Jahre gibt es euch schon und was euch ja auszeichnet, ist die Produktion in Engelskirchen. Korrekt. Mit einer Produktionstiefe von 97 Prozent produzieren wir alles in Engelskirchen und sind aktuell auch auf dem Neubau fast fertig, dass wir uns da an der Stelle bürotechnisch, produktionstechnisch im Neubau im Grunde erweitern werden, weil wir dann dementsprechend auch die Kapazität mittlerweile benötigen, wie man es hier an dem Stand aktuell auch sieht. Das heißt, wir wachsen ständig. Ihr platzt hier förmlich aus allen Nähten. Ich würde sagen, ich muss mal bei euch vorbeischauen. Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier die Geräte zu zeigen. Ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Messe beziehungsweise euch. Vielen Dank. Danke dir, Herr Thau. Wir sind hier am Stand von PIK NX. Neben mir steht der Lorenz. Lorenz, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen. Ihr habt hier einige Highlights mitgebracht. Ein bisschen was davon habe ich ja schon angeteasert, aber erzähl uns doch einfach mehr davon. Gerne. Lorenz Rohrmann, ich bin Geschäftsführer bei PIK NX. Wir sind hier jetzt auf der Leiton Building die ganze Woche schon gewesen, haben eine super Messe gehabt und schöne Sachen mitgebracht, die ich mich mal kurz vorstellen kann. Das erste habe ich schon direkt in der Hand. Der Home Automation Server, schon etwas länger von uns angepriesen, jetzt aber auch wirklich als Produkt da. Wir haben letzte Woche die ersten Stellungen angenommen, gehen jetzt in den externen Beta-Test, werden dann, sobald wir da das Feedback haben, eingearbeitet haben, dann auch wirklich eine freie Verfügbarkeit kommen. Der Server an sich, das sehen wir gleich hier so ein bisschen, ist im Grunde das, was bei uns auf den Panels all-in-one läuft. Da läuft ja auch der Server mit drauf. Wenn ich jetzt kein Panel da habe, nicht diese volle Panel-Visu haben möchte, sondern einfach nur Mobile App steuern will, Alexa, HomeKit, Logik-Modul, all diese Sachen, das geht dann alles auch hier rüber und eben über unsere UV-Mobile Android-MyOS-App. Das heißt im Prinzip eure ganz normale UV-Visualisierung, aber halt als nicht mit Panel, sondern im Schaltschrank. Richtig. Und die UV-Visualisierung, das habe ich auch schon so ein bisschen angeteasert, die habt ihr auch überarbeitet? Genau, wir haben UV, eine ganz neuen Version UV-5, eine ziemlich große Überarbeitung. Wer es kennt, wird es auf den ersten Blick sehen. Wir haben das Ganze optisch schon nochmal eine ganze Ecke aufgefrischt, ein bisschen moderner noch mal gestaltet, weniger Farben, ein bisschen, ja, einfach frischer. Es gibt nach wie vor eine helle und eine dunkle Darstellung. Die helle haben wir vielleicht hier offen, ich weiß gar nicht. Ne, auch dunkel. Naja. Und in UV-V gibt es noch ein paar mehr Features, also neben der kompletten Überarbeitung, auch Mobile-App wurde mit überarbeitet, einen ähnlichen Look, mit mehr Bildern drin. Man kann in Räumen jetzt Bilder vergeben, die als Hintergrund für die Widgets genommen werden. Auch das in der Mobile-App genauso. Ja, so Wetter, insgesamt ein bisschen bildlichere Sprache, haben wir aber auch funktionell einiges noch reingebaut. Ganz wichtig für vor allem für Integratoren etwas größere Projekte. Wir haben eine Benutzerverwaltung mit integriert. Das heißt, man kann jetzt einzelne Benutzer pro Panels anlegen und diesen unterschiedliche Rechte geben. Darf nur das Kinderzimmer steuern oder nur das Erdgeschoss, wenn ich mehrere Einliegerwohnungen habe, solche Themen. Und dann noch ein letztes Thema, das Control-12. Das habe ich ja auch schon in einem Video mal vorgestellt. Hier sehen wir jetzt Control-16, also ein neues Panel. Ein neues Panel von uns, was gegen Ende des Jahres wirklich verfügbar sein soll. Hier läuft es jetzt als erster Prototyp. Hat halt genauso diese Zwischengröße, Control-Pro, Control-12 zwischen die 16. Mit dem Hintergrund am Control-Pro haben wir einen relativ breiten Rahmen, den wir auch nicht wegnehmen können, weil wir den für die Gira-Austauschthemen brauchen, damit das Ganze in die Gira-Dosen passt. Und das ist bei uns halt doch ein nicht unerheblicher Teil. Und wenn Control-16 hat fast eine ähnliche Displaygröße, zumindest von der Kachelanzahl kommen wir hier das gleiche. Und das Ganze in einem etwas schlankeren Rahmengehäuse. Mit einer Neuheit noch. Wir haben jetzt Side-Buttons angefangen zu integrieren. Das heißt, man kann dann auch Funktionen sich direkt hier über das Dose und Control-12 auch auf den Aufputzrahmen. Also ist auch 1 zu 1 austauschbar. Also wer ein bisschen mehr Zoll braucht, einfach dann tauschen. Ja, vielen Dank für das Interview, für das spontane Interview vor allen Dingen. Super interessante Produkte hier am Stand. Ich kann euch nur empfehlen, schaut einfach mal auf der Website von Picanix vorbei. Und ich denke mal, auf dem Kanal wird es auch noch das ein oder andere Video dazu geben. Vielen Dank, noch einen erfolgreichen letzten Messetag. Danke dir. Ja, wir sind hier am Stand von Steinl. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt in der kleinen Kurzzusammenfassung, dass ihr einen neuen Präsenzmelder habt. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen. Ja, ich bin Stefan Muth, ich leite das Produktmanagement bei Steinl, ein Team von fünf Produktmanagern, wo unter anderem auch der neue EO entstanden ist. Ja, der EO ist eine Wärmebildkamera. Hier haben wir ihn auch. Ist also keine richtige Kamera, wie man es von unserem HPD kennt, sondern wir nehmen eigentlich nur Wärmestrahlung wahr und anhand der Wärmestrahlung erkennen, wo im Raum sich ein Mensch befindet. Das bedeutet, wir sehen es jetzt hier hinten dran auch. Das sind jetzt wirklich, ich sag mal, die Punkte, stellen Personen dar, die sich hier gerade auf dem Stand bewegen, richtig? Genau, das ist eine Live-Demo hier von dem Stand. Wir haben vier EOs auf dem Stand montiert und zeigen im Endeffekt, wo befinden sich die Personen auf dem Stand, wie bewegen sie sich und können im Endeffekt in einem Feld von zwölf mal acht Pixeln auf 35 Quadratmeter bei drei Meter Montagehöhe erkennen, wo befinden sich Personen. Wir können bis zu zehn Zonen einrichten und können bis zu 20 Personen mit einem EO erfassen. Und ich habe gehört, das Gerät gibt es in zwei verschiedenen Varianten, korrekt? Also hier bei mir, das ist die kleine Version, das ist der EO, der hat Temperatur und Luftfeuchte mit drauf, neben der Erfassung. Und du hast jetzt hier gerade den EO Multi, da sind wie bei unserem anderen Multi-Sensor mit dem True Presence noch weitere Größen drauf, Geräuschspegel, VOC, CO2, Luftdruck, also das ist dann nochmal die größere Ausbaustufe mit weiteren Größen. Vor allem eine sehr schicke Sache, dass es eben keine Kamera mit drin ist. Ich glaube, das steigert die Akzeptanz für so ein Gerät immens. Genau, das war so das große Problem bei unserem Vorgängerprodukt, wo es immer wieder Bedenken gab mit einer Kamera, mit einer Installation. Hier ist es jetzt komplett anonym, also es ist keine personenbezogenen Daten und wir erkennen einfach nur anhand der Wärmestrahlung, wo ist eine Person und wo nicht. Jetzt die spannende Frage, was für Schnittstellen sind denn hier drauf? Ja, zum Start starten wir mit einer IP-Schnittstelle, mit den Schnittstellen Bucknet, MQTT und REST-Schnittstelle, aber so zum Jahresende hin können wir auch mit einer DALI 2 Input-Device-Schnittstelle und einer KNX-Schnittstelle dienen. Also die KNX-Variante, die ist in Planung? Die ist auf jeden Fall in Planung. Dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank für die Information zu dem Gerät, ein super interessantes Gerät, was ihr hier vorstellt. Werde ich mir auf jeden Fall näher anschauen. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Messe. Ja, vielen Dank. Ja, Elmar, wir sind hier wieder bei euch auf dem Stand von Theben. Smart Start System angesehen und hier zeigt ihr jetzt sehr schön das Thema Ambient Assisted Living. Was heißt das? Na ja, ich kenne es von mir zu Hause. Wir haben ein sehr durchautomatisiertes Haus, was für mich da eher Komfortfunktionen sind, wie eben, naja, wenn ich die Treppe runtergehe, dann geht halt schon das Licht an. Ist für meinen Opa eine ziemliche Unterstützung, eine ziemlich große sogar. Weil ich behaupte, wenn er die Treppe runtergeht und mit einem normalen Lichtschalter vergessen würde, das Licht einzuschalten, dann würde er trotzdem weitergehen und im schlimmsten Fall eben stürzen. Und ihr zeigt, dass es beim Bewegungsmelder nicht stoppt, richtig? Genau. Denn diese Form von Unterstützung, die man da leisten kann, wie du gesagt hast, das ist ein Bewegungsmelder. Manche vergessen es vielleicht, manche sind gar nicht in der Lage, den zu bedienen, weil sie einen Rollator haben und deshalb gar keine Handfrei haben, weil sie sich vollflächig auf den abstützen. Das heißt, so ein einfaches Licht einschalten geht oft schon mal gar nicht. Aber es geht auch schon weiter mit einfachen Dingen, die in der KNX-Welt eigentlich relativ alltäglich sind. Zum Beispiel eine Szenensteuerung, dass jemand zum Beispiel beim Verlassen vom Gebäude einfach einen Zentralosttaster hat und damit nicht nochmal irgendwo irgendwelche Zimmer ablaufen muss, um die Lichter auszuschalten. Also man sieht, man kann da deutlich mehr erreichen. Ja, also recht schön formuliert, was eigentlich vermeintlich eher Komfortfunktionen sind mit Szenen, das wird eine ziemliche Unterstützung werden. Und hier habt ihr noch eine richtig coole Sache, nämlich man sieht hier irgendwie genau, wo wir uns befinden. Genau, richtig. Das ist der Sensefloor, der zusammen mit dem Aragon, mit der Aragon Sprachsteuerung quasi gemeinsam mit Luxor Living interagiert. Und das ist im Endeffekt genau der Punkt, dass wir mit Luxor Living eine Grundlage schaffen, die schon mal das gesamte Gebäude automatisieren kann und wir das weiterskalieren können mit genau solchen Assistenzsystemen, die wir hier jetzt genau detektieren, wo im Raum wir uns befinden und dadurch natürlich viel rausfinden können. Zum Beispiel, wie ist mein Laufverhalten? Wie viele Leute sind da? Ist jemand vielleicht gestürzt? Ist natürlich auch ein Sturzdetektor dahinter, der dann auch mit Aragon gemeinsam im Zweifelsfall irgendwelche Aktionen einleitet, wie eine Panik-Szene startet, dass die Beleuchtung da ist. Oder eben auch eine Benachrichtigung an Angehörige startet. Ja, und was halt wirklich total schön ist an so einer Lösung, wenn ich ins Gebäude gehe, dann sehe ich das dem Gebäude nicht an. Also es ist, die Akzeptanz wird da, glaube ich, noch mal wesentlich verstärkt. Genau, weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass eben diese ganzen Geräte, wie wir hier jetzt sehen, die in der Wand verbaut sind, die einfach zur Gebäudetechnik gehören und dadurch Standardfunktionen sind, ist es eben beiläufig. Das heißt, ich muss mich als Bewohner nicht irgendwie mit irgendwelchen Geräten ausrüsten, die man hier umhängen muss oder sonst irgendwie an mir dran haben muss, sondern mein Gebäude reagiert eben auf mich und ich kann mich frei im Haus bewegen. Jetzt hast du schon sehr schön angesprochen, was für Infos man hier alle rausbekommt. Also ich denke mal, das ein oder andere externe Unternehmen wäre da ziemlich interessiert dran. Deshalb, glaube ich, ist dieser Punkt hier, offline, extrem wichtig, oder? Genau, weil das komplette System, Luxor Living, wie auch Aragon, funktioniert komplett offline. Das heißt, meine Daten bleiben bei mir. Ich kann natürlich, wenn ich möchte, das Cloud-Fake machen, dass ich einen Fernzug gibt habe, aber im Standard ist es offline und alle Daten bleiben bei mir. Also ich muss sagen, schaut auf jeden Fall bei Themen mal auf der Website vorbei, informiert euch dazu. Ich finde es richtig klasse, dass ihr hier dieses Thema Smart Home, also Komfort, nochmal aus einer anderen Perspektive zeigt, dass es eben nicht nur Komfort ist, sondern für die Zukunft extrem wichtig werden wird. Elmar, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, dich schon auf der nächsten Messe wiederzusehen. Dankeschön. Das war also die Leiton Building 2024 in Frankfurt. Naja, nicht ganz, denn es gibt ja noch den zweiten Part bei mir auf dem Kanal. Also da unbedingt mal reinschauen, damit ihr wirklich gar nichts verpasst von der Leiton Building und auch da sind noch mal ganz viele neue KNX-Geräte und andere Neuheiten zu sehen. Ansonsten gilt natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bald auch mal in anderen Videos hier oder auf meinem YouTube-Kanal. Bis dahin.